Wenn wir bald aufgehen, sind wir aber nicht schuld, Sir! Das hat auch niemand gesagt! So, wo ist der Kampf? Na klar. Also, wär aber zu schade, wenn wir hier mit unseren schönen Kanonen nicht noch ein paar Gegner platt machen können, ne? So einen schönen Transporter hier auseinandernehmen. Ja, das ist schon, das ist schon eine große Hilfe da mit diesen Geschützkanonen an dem Ding. Wundert mich, dass, das ist ja ein gegnerischer Transporter, dass die nie von denen verwendet werden, wenn die da angeflogen kommen mit massig Truppen an Bord. Ja, vielleicht ist es hier auch einfach ein anderes Modell. Könnte natürlich auch sein. Wer weiß, was soll's. Äh, Hauptsache, wir sterben nicht und machen, äh, machen haufenweise Roboter platt. So, was ist das mit unserer Spazierfahrt? Ich erhöhe die Geschwindigkeit. Verstanden. Oh je, den kennen wir doch noch. Ah, großartig. Achtung. Verfick nochmal. Ausweichen! Ah, komm, das haut ihn doch nicht um, oder? Das werde ich nie vergessen. Wenigstens lebst du noch. Hey, hey, nicht so laut. Mir kommt's eh schon vor, als hätte ich ne Trommel im Kopf. Hauptsache dafür ist erstmal Zeit. Wo muss ich jetzt hin? Du wirst zum Flughafen gehen müssen. Unser Roboterfreund freut sich sicher auf ein Wiedersehen. Es führt leider kein Weg dran vorbei. Dann mal los. Ja, der gute Kumpel will Revanche gegen uns haben wohl. Und, äh, ja, wir, für uns wird's dann Zeit, dass wir ihn auseinander nehmen. Diesmal auf ein bisschen fairerem Boden. Wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Hoffe ich mal. Der könnte sich auch gleich selbst zerstören. Kannst du sie nicht aufhalten? Nein, wir sind nicht befugt, ihnen Befehle zu erteilen. Albtraum. Wollen wir doch mal sehen, was das für ein Albtraum ist. Oh, wer seid ihr? Irgendwelche komischen Kugeln. Wie sich für kurze Zeit in... Oh, was. Wow! Das war knapp. Gut ausgewickelt, muss ich schon sagen. Sphäre. Sphäre. Irgendwas, okay. Aber mit denen werden wir schon fertig. So, da hinten sehe ich noch mal Aufrüstung aufblitzen. Werden wir natürlich auch noch mitnehmen. Jetzt haben wir hier auch für klares Schiff gesorgt. Für den Raketenwerfer. Mit unserem Schnellfeuermaschinengewehr und unserem dicken Maschinengewehr sind wir ja schon relativ weit. Was das angeht. So, oh, da draußen ist richtig Action. Aber das ist doch unser riesiger Freund. Oh Gott, und wer bis... Das ist ne Falle! Danke für den Tipp, Admiral. Ich tu'n mein Signal wieder. Wohin du erst mal wieder? Ja, das... Mit dem Admiral. Aber was das wohl ne Anspülung sein könnte, ne? Ich bin im System. Das wird lustig. Aber so richtig. Na ja. Gut. Ähm. Da weiß der Admiral auch Bescheid. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier raus. Dann sind wir gleich auch bei unserem Freund. Die Tür hier wahrscheinlich öffnen. So. Ah ja. Der haut da ordentlich rein. Der haut da ordentlich rein. Das kann mir ein Spaß hören. Ey, aber... Ernst ist auch dabei. Und er hat's wohl überlebt. Sehr gut. Hast du mich vermisst, Schätzchen. Scheiße. Du? Tod hast du mir um einiges besser gefallen. Und du mir, als ich dein Geschwafel nicht hören musste. Los geht's. Ja gut. Dann mal auf gegen beide Argus vorn. Nichts als erstes mal werden wir uns um den Laufburschen hier kümmern. Der ist halt auch gefährlicher mit seinen Angriffen. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt haben wir hier wesentlich mehr Platz, um den Angriffen auszuweichen. Und wir haben uns ja auch ein bisschen verstärkt dank einiger Upgrades, die auch den Schaden erhöhen, die wir mit unseren Waffen austeilen können. Weil wir haben aber immer noch einen schönen Raketenwerfer im Gepäck. So, den holen wir erstmal von den Beinen. So, dann mal schnell zu ihm hin. Ach nichts. So, dann schießen wir immer eine Ladung in den Kern. Ja, macht gut Schaden. Den haben wir auch noch reingekriegt, bevor sich die... Bevor der Verschluss wieder Zugang ist... Oh, fuck. Dann sind wir genau in... Nee, die Rakete weiche jetzt aber aus. Genau in der... von der Spinne... Ach du Scheiße, jetzt hab ich mein System bereits... Fuck. Schnell in Deckung bringen. Hüpfen und rollen uns um unser Leben. So, jetzt sollte man seinen anderen Fuß kriegen. Jawoll. Und wir lösen ein Quicktime Event aus. Das ist aber ein bisschen anders. Oh, jetzt gibt's einen auf die Rübe. Oh. Mit dem Uppercut die Rübe weg. Wie Johnny Cage. Ach Scheiße. War keine gute Sicht auf dem Kern da hinten. Aber ich glaube dadurch, dass er jetzt nicht mehr wirklich sehen kann, ist er auch nicht mehr so schnell im Umdrehen. Wir können ihn von hinten ein wenig nachscheißen. Naja doch. Also so langsam wie eine Schildkröte ist er leider auch nicht. Wahrscheinlich doch besser, wenn wir ihn eine Zeit lang außer Gefecht setzen. Und nicht unser Magazin in diesen Träger da ballern. Oh Gott. Dann schießt er hier kurz wie so ein Mörser in den Himmel. Ach Scheiße. Aber dafür nehme ich dir jetzt sein Ärmchen weg, du Penner. So. Ach Scheiße, das dauert schon viel zu lange wieder. Ah doch, wir kriegen den Kern auf jeden Fall auch raus. Und jetzt sollten wir ihn eigentlich auch platt machen können. Ja komm komm komm. Jawoll. Ach Scheiße. Jetzt hat uns eine von diesen Sphärenladungen erwischt, die überhitzt unser System für eine Weile. So. Dann ist jetzt nur noch unser Kumpel Spinnenbein hier dran. Ach. Verdammt nochmal. Scheiße. Ach, wir haben jetzt wirklich schon den falschen Knopf hier. So. Boah, ich glaub den kriegen wir halt so mit einmal platt. Ja, den Rest machen wir halt so genau. Das war's dann auch für dich. Oder? Oh, klicken müssen, oder? Und schießen. Und ich kann irgendwie nicht nach oben zielen, aber macht auch nichts Sinn. Schöne Balletteinlage. Jo, jetzt haben wir's aber, oder? Ja. Positionieren wir uns gut. Wir sind natürlich zu cool, um in Explosionen zu gucken. Aber, ja. Oh, guten Zeitbonus auch noch kassiert. Also, ging ja relativ fix. Ich habe einen Lagebericht vom JSOC. Berichten zufolge befindet sich ein MSOB-Team in der Kolonie und hat im Zentralgebäude eine Basis eingerichtet. Heißt das, es sind doch noch Kolonieeinheiten hier? Der Kontakt ging verloren, ehe Überlebende bestätigt werden konnten. Wollen wir uns das mal ansehen? Wir haben keine Zeit uns was mal anzusehen. Wenn es Überlebende gibt, haben die vielleicht Informationen über feindliche Stellungen. Und im Moment wissen wir ja überhaupt nichts über feindliche Stellungen. Ihr wollt mich wohl überzeugen, was? Ja, ja, Stellungen, ne? Grey Fox. Ich öffne die Tür. Geht weiter auf die andere Seite. Alles klar, Bravo. Bewegung. Nicht möglich, Grey Fox. Oh mein Gott. Na sowas aber auch. Ah ne, ist hier nichts nützlich? Doch, da ist hier doch ein Sturmgewehr. Das sieht nützlich aus. Oh ja. Gut für unsere Aufstufung. Na ja, können wir mal mitnehmen. Momentan haben wir eh keine Raketenwerfer-Munitionen mehr. Das nehme ich mit. So, ach, okay, da ist jetzt... Ja, okay, nehmen wir den Raketenwerfer wieder mit. Und jetzt auch wieder Munition. Sollten wir noch einen finden, können wir den ja wieder aufstufen. Ähm, war aber da hinten sonst nichts. Okay. Nee. Nee. Alles klar, dann gehen wir mal feucht und fröhlich weiter. Oder... Sliden weiter. Fass und Gläser, nee. Und was hast du für mich? Sturmgewehr. Ganz ideal. Sollte aber reichen. What? W». WC. 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 6 Zentrale. Das Zentralgebäude ist im inneren Ring der Kolonie. Da bringen wir keinen Transporter hin. Warum nicht? Eine Einrichtung am Grand Hill stört sämtliche Frequenzen mit einem direktionalen Sender. Unsere Navigation funktioniert nicht zwischen dem nördlichen und zentralen Ring. Dann such deine Möglichkeit ohne Navigationssysteme. Die einzige Möglichkeit wäre zum Störsender zu gehen und ihn abzuschalten. Sir. Na gut, Grey Fox 1.5. Wie viele Einheiten hat der Feind da draußen? Wissen wir nicht genau, Bravo 6 Zentrale? Aber ich schätze, dass es mittlerweile ziemlich viele sind. Bravo 6 Zentrale. Bravo 6 Zentrale. Death to Go 5 hier. Treffen auf Wiederkrank am Grand Hill. Schwere Verluste. Wiederhole. Schwerer Wiederkrank und Verluste. Ende. 0.5. Ungefährer Einheitsstärke. Ende. Sch**e. Das weckt nicht gerade Vertrauen, Burns. Wir müssen den verdammten Grand Hill einnehmen. Ist der von strategischem Wert? Bringen die euch in der Taferschule diese großen Sprüche bei. Da draußen wird nicht rumgeeiert, Mädels. Wir machen klein aus aus denen. Bestätigt Bravo 6 Zentrale. Na gut, ja. Am Grand Hill. Also auch ein großartiger Basketballspieler, der dessen Karriere leider durch Verletzungen sehr, sehr geplagt wurde. Also dieses ist auf jeden Fall ein ziemlich heftiges Kapitel, wo ich immer so meine Schwierigkeiten habe. Also könnte gut sein, ja. Könnte gut sein, dass man da einen Rückser durch die Backen geht und dass wir hier Schwierigkeiten haben werden. Aber vielleicht sogar den ersten Toten erleiden können. Die Direktionalen Sender sind auf dem Grand Hill und da führt kein anderer Weg hoch. Wenn es leicht wäre, wären wir schon fern. Ach, diese scheiß Grinder hier. Irgendwo ist da oben noch so ein Mörser am Berg. Keiner da. Nee. Wupsala. Genau in seine scheiß Gewehrklinge. Na gut. Da geht's ja aus dem Gebäude. Da könnte man doch mal gut eine Rakete reinjagen. Bäm. Das hat die immer alle mit einem Schuss aus dem Weg gerannt. Ich übertreffe mich noch selbst. Oh, da kommt der nächste Haufen Scheiße aus dem Transporter dort. Ja, das war in dieser Container. So. Weg mit dir und mit dir. Und dann wollte ich helfen, aber der steht dann vor meiner Nase. Oh Gott. Wie fliegen denn diese ganzen Raketen aus? Ja, dich habe ich nicht übersehen, mein Freund. Und dann kommen die nächsten den Bügel runter. Zeit, dass eure Köpfe wegfliegen. Das ist mal so ein guter Indikator dafür, wenn das so hellblau da aufleuchtet. So quasi, ja eigentlich wären das wahrscheinlich bei Menschen Blutfontänen, aber bei den Gegnern ist es dann, bei den Robotern ist es, weiß ich vielleicht, Öl oder eben eine Flüssigkeit mit denen die betrieben werden. Oder einfach nur hellblau da aufleucht. Kann natürlich auch sein. Da oben ballern die alle raus. Da wären Scharfschützengewehr wahrscheinlich die bessere Wahl, aber hey, wir wünschen ihn auch so und dich sowieso. Ah, da ist noch so ein oller Scharfschütze da oben. Da leuchtet jetzt auch noch grün, das heißt, da ist halt eine Aufrüstung für uns parat. Immer für unsere Raketenländer. Fassungsgeschwindigkeit um 50% erhöht, das ist auch immer gut. Das ist der Kopf. Schöne Granate rein. Hat aber keinen mitgenommen, was soll's. Das verschafft uns ein wenig Zeit, von dem wir ja eigentlich immer genug haben. Ich glaube, da werden wir noch mal eine Granate. So, die nimmt jetzt mal was mit. So, unser schweres Maschinengewehr, das ist jetzt auf der höchsten Stufe angekommen. Sehen wir an diesem Zeichen, an diesen drei Sternen. Ne, den nehme ich hier nicht mit, auch wenn sie noch so zerstörerisch aussieht. Das ist noch eine von diesen neuen Waffen, die in der Originalversion nicht mit drin waren. Paketenwerfer. Ja, auf jeden Fall. Oh, so ein fliegender Geschützturm. Luftgattling. Ja, besser hätte ich es auch nicht sagen können. So, ich kriege wieder den Containerhof. Äh, ne, das lassen wir da. Das scheint wohl der hier zu sein. Oh Gott. Ja, da können sich natürlich diese kleinen Fußsoldaten immer gut drin verschanzen. ... ... ... ... ... ... ... oh Gott, da warst du... ...Miller School oh, hinter uns